So, endlich komme ich mal zum Weiterzucken hier bei Roach Like the Sea. Wir machen weiter. So, Ritter haben wir ja schon ausgewählt letztes Mal. Sachen gekauft haben wir auch schon. Ja, da würde ich schon mal sagen, gehen wir mal weiter, ne? Ich will ja mal so ein bisschen... Eigentlich mal ein bisschen weiterkommen. Vielleicht auch mal irgendwann einen Boss besiegen oder so. Na, lass mal gucken. Äh, wupp, wupp. So, nick. So. Mal gucken, wie wir die Folge jetzt mal hinkriegen. Hoffentlich sterben wir mal nicht so. Ach, da fängt das schon gut an. Ja, komm halt hoch, Mann. So. Aber wir machen eigentlich ganz gut Schaden, fällt mir grad ein. Auf, ein, auf. Schon wieder sehr spät. Wow, One-Hit. Nice, nice. Äh. Nein, die können nicht dadurch fliegen. Gut. Nee. So. Äh. Ja, toll. Schlau war das denn? Ähm. So, das ist fast noch. Gehen wir mal hier weiter. Was ist das denn? Ähm. Ähm. Weiß ich grad gar nicht, was das für ein Spiel war. Müsste ich mal gucken. Weiß grad echt nicht. Hm. Das bei Don't Shit Your Pants hab ich ja noch gewusst. Du Scheiße, Mann. Okay. Äh. Okay. Ich will hier gar nicht rein, Mann. Ich will hier raus. Scheiße, Mann. Ich will hier raus, Junge. Weil ich treff auch nichts. Aha. Was ist denn das für ein Scheißraum? Hey, die Scheiße, Mann. Okay. Äh. Wir haben gut eingesteckt. Also. Was mit dem? Viel Gold für die Runde wohl nichts. Dammit. Hm. Naja. Party Kick nochmal trotzdem gekillt. Mal gucken. The Knave and the Moth. The Paladin. The Baryan Queen. Hm. You were attended with a few issues. Ähm. Directly in front of you. Naja, gut. Probieren wir das mal. Bisschen Gold haben wir ja doch noch. Bekommen. Das kost 250. Das kommt 290. Das kost 310. Aber wir können gar nichts machen. Glaube ich gerade, oder? Ne. 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 Der wär auch noch cool. Hm. Gucken wir mal. Was können wir hier vielleicht noch tun? 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 Can we uns irgendein Spell leisten? Oh ja. Cool. Äh, D. Das war jetzt tie … Äh … Da, der war jetzt der Dash genau. Äh, ja der Dash ist cool. Der Dash, der Dash gefällt mir. Na komm. Daschen wir mal hier durch. Aber auch nicht das Schlagen vergessen. Oh, HP. Ist immer gut. Das Bild ist ja echt mal fehlplatziert. Da sieht man das so vor... Wieso kann das denn durch die Wand da durch, man? Äh... Oh, so. Ich hab gar nicht in den Aufnahmen mal gehört und mal die Tastatur hört. Ich bin mir gar nicht... What the... Was geht denn hier ab, Junge? Einfach mal tausend Feuerbälle. Ich... Hä? Was ist denn... Was ist denn jetzt los? Hallo? Hallo? Die Steuerung... Hä? Lol? Lol. Das sind... Ich komm gerade gar nicht drauf klar. Also diese Bilder hier, ne? Die kotzen mich ja schon ein bisschen an. Kann man da in der Mitte noch was holen? Das lohnt sich gar nicht, ne? So. Haben wir trotzdem noch weggemacht. Haben wir noch ein bisschen HP bekommen. Das ist auch ganz gut eigentlich. So. Das da unten... Und... Kann mich mal gerade. Okay. Das ist natürlich... Der ist doch, Mann. Der ist doch einfach. Hallo? Lol. Wir brauchen echt mal ein Damage-Up. Alles... Alles mitnehmen. Alles, was wir in Gold kriegen können. Alles mitnehmen. Oh, da war HP. Na. Ah. Steuerung manchmal. Ah. Äh. Nö. Nö. Äh. Nein. Ich will da raus, Mann. Ja. Wir können das Geld gebrauchen. Deswegen mache ich das hier gerade. Ja. Wir sind tot. Scheiße, Mann. Scheiße, 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 Mann. Scheiße, 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 scheiße. Oh Gott. Ich würde nichts auf Scheiße sagen. Das war vielleicht besser. Das ist Shinobi. Äh. Ja. Äh. 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 Ähm. Attack-Up. Komm, wir machen mal Attack-Up. Attack-Up ist immer gut. Wie viel machen wir? 63. Oh, das ist gut. Aber wir sind farsighted. Hm. Da sehen wir wieder nicht, was um uns herum passiert. Das ist mir auch immer nicht ganz so recht. Aber na gut. Müssen wir jetzt mal klarkommen. Äh. Ich bin noch hoch. Lol. Ich bin noch hochgesprungen. Was hat dieses Spiel gegen mich? Oder bin ich einfach schlecht? Ich weiß es nicht. So. Äh. Ja, komm hoch. Ich hab dich doch. So. Okay. Äh. Pass mal auf hier. Auge. Schieß. So. Hm. Hier rüber. Äh. Warte mal. Wir können noch. Spring. Spring doch, Mann. Spring doch einfach. Was ist denn daran so schwer? Leertaste. Also, Mann. Ich muss das echt strange. Ja. Mit 100 Gold. Schön. Jetzt können wir da anfangen. Ich hätte gern den Double Dash irgendwie. Da muss ich noch ein bisschen. Jetzt mal sparen. Aber mit dem Double Dash kommt man da eigentlich ganz gut durch. Ich glaube ich. Hm. Da müssen wir mal schauen. Und vielleicht auch noch ein Doppelsprung. Ich bin so doof. So. Hm. Ja. Ich lauf auch noch fast rein. Okay. So. Ich mach den doch tot. Hä? Was? Die haben so wenig HP. Aber das liegt nicht an den HP. Das liegt einfach. Oh. Jetzt muss ich aber mal hier. Jetzt muss ich auch mal was machen, Mann. Das ist Burying Queen. Okay. Warte mal. Das. Ich bin grad irgendwie am Abfällen. So. Den Doppelsprung hab ich noch nicht. Den Dash hab ich. Ach Gott, Mann. Ich bin so. Gott. Bin ich schlecht, Junge? Scheiße. Ein MP. Achso. Der kriegt immer MP, wenn man irgendwas kaputt macht. Jo. Ist natürlich auch nicht schlecht. Was ist da los? Scheiße. Ah, der hat Tourette. Okay. Ist ja auch interessant. Wieso hat der jetzt... Achso, das ist der Burying Queen. Der hat so viel HP. Aber der macht wenig Schaden. Ach. Nein. Dreh dich doch. Also manchmal hat das Spiel echt noch ein paar Bugs, sodass man sich nicht drehen kann oder solche Sachen. Na. Hä? Ja. Dreh dich halt um mich rum. So. Hier meine E-D-Taste vergewaltigt, Junge. Da will ich nicht rein. Ja, du kannst herkommen. Musst nicht durch die Wände schweben. Ah, noch zwei von dir. Ich drück doch E. Loll. Okay, das kann man wieder einsammeln. War ja früher auch mal ein Bug. Okay. Die halten Joghurtzern. Nee. Was? So. Einfach mal Magie-Spam. Wird schon helfen. Okay. So. Pass mal auf hier. Jetzt kommt nämlich ich. Ah. Gut. Geld, Geld, Gold. Ah. Ich brauche mehr Schaden. So. Ist natürlich auch gut. Man kompensiert einfach seine Unfähigkeit, indem man mehr Damage irgendwann macht. Das ist das perfekte Spielprinzip, ey. Na komm. Schieß. So. Äh. Nein, ich muss echt mal irgendwie ein bisschen mal tagsüber spielen oder so. Oh Mann. Ach, ich komme mal tagsüber. Nie so Witze. Da wirklich dazu mal zu spielen irgendwie. Fällt mir so auf. So. Das gibt alles MP wieder, wenn man das hier so macht. Deswegen zerstöre ich möglichst alles. Ja gut. Jetzt haben wir ein bisschen Gold bekommen. Ist eigentlich eine ganz gute Runde. Liegt aber auch nur darum, dass ich mega 4 AP habe. Scheiße. Da ist eine Kiste hinten, würde ich sagen. Ah, das lohnt sich nicht. Äh. Äh. Nein. Spring doch mal in. Oh, da war er drunter. Ist mir auch egal. Äh. So. Er ist tot. Okay, das trifft mich da nicht. Ah ja, ist ja cool. So. Tot. Das Bild da oben weggeht. Das habe ich gesehen. Äh. So. Nochmal HP. Ja, das funktioniert ja eigentlich ganz gut gerade. Oh. Hü-lol. 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 Nein. Okay, ich war auf. Äh. Was ist das für ein Käfig? Ah, da fällt Gold runter. Äh. Will ich hier rein? Ich glaube nicht. Ich würde gerne beim normalen Schluss weitergehen eigentlich. Ich glaube, das mache ich auch. Ich will hier erstmal nicht hin. Wo den Käfig könnte ich noch haben? Hm. Ein bisschen Glück, aber da war eh eh nichts drin. Ich glaube, ich gehe erstmal nach oben wieder. Mache erstmal den Rest vom Schluss. Oder komme ich da gar nicht mehr hoch? Ich weiß es gar nicht. So. Gehen wir erstmal hier lang. Hier ist gar nichts. Okay. Nach oben waren wir auch noch nicht. Öh. Ich habe drauf Lust. Ich weiß es gar nicht. Nee. Habe ich nicht. Oder ich könnte mir ja die... Ich komme in die Kiste gar nicht dran, ne? Nee. Nicht so ein weiteres. Ja, dann, äh... Würde ich sagen... Wir gehen. Hier mal... Können wir auch noch nach oben gehen, oder? Ja. Dürfte noch ein kleiner Raum sein. Ich habe keine Lust auf den. Habe ich Lust auf den? Nee, eigentlich nicht, ne? Nee. Da habe ich jetzt gar keine Lust auf. Okay, pass mal auf. Äh... Da drüben können wir noch weiter gehen. Ich hoffe, da kommen, äh... Wo ich wenigstens noch ein bisschen HP sammeln könnte. Hier habe ich ja eigentlich schon aufgeräumt, oder auch nicht. War ich hier noch nicht drin? Ähm... Ähm... Es läuft doch gerade so... Naja, mehr oder weniger... Ähm... Es sind alles nur Scheißräume. Ja. Es sind alles nur Scheißräume. Oh Mann. Aber wenigstens haben wir immer ein bisschen länger überlebt. Äh... So. Selection Hero. So, wie bei Ringing... Ist ja eigentlich gar nicht mal so schlecht, aber... Ähm... Das kostet 970. Hm... Shinobi haben wir. Great Mage. Nee. Critical Damage ab. Äh... Hm. Können wir da auch noch? Nee. Dammit. Ja gut, dann machen wir noch ein bisschen... Health. Jetzt haben wir 255. Äh... Mit 50 Gold kann man nicht viel anfangen. Ja gut, dann wollte ich erstmal sagen, beenden wir die Folge und in der nächsten Folge geht's dann weiter. Tschüss. Ja gut, dann passiert das. Ja gut, dann passt in perché. Ja gut, das packard. Ja gut, map.